Geil aus, oder? Das ist ein volles coole Hotel. Da unten ist die ganze Spreesee. Richtig gut. Gucken wir mal noch ein bisschen hier rüber. Gibt es da auch noch? Was meinst du? Wir kommen, wir gehen mal zum anderen Fenster. Wir kommen auf die Straße gucken. Das ist ein Flixbus. Mal schauen, also von hier oben. In welcher Etage sind wir? In der sechsten Etage. In der sechsten Etage haben wir natürlich einen Hammerausblick auf die Spree. In der sechsten Etage vom Innhau Hotel. Schön hier, ne? Blick nach Kreuzberg. Geiles Hotel. Jede Menge Büros. Kleine Startups. Okay, wollen wir nochmal, lass mal runter fahren in die erste Etage. Da gibt es bestimmt auch noch was zu sehen. Da mache ich auch nochmal ein Video davon. Das Problem ist, dass ihr...